So, willkommen zurück zu Doctor Who Infinity. Wir sind bei The Dalek Invasion of Time in Kapitel 23, communicate, communicate. Nicht exterminate, exterminate. Cleo Dalek Parasite Chaps. Wie viele Runden habe ich denn? Nicht so viele Runden drauf. 6 Runden, 5, 5 mal grün. Das kann ja nicht das große Problem sein. So, ich darf hacken. Mein Gegner aber spielt auch unfair. Dann grün, grün, grün. Was passiert beim hacken? Noch mehr grüne hier. Geil. Geil. Ah, Mist hier. Mistvieh, du. Dalek. Letztherz. Zuck. Scheiße, ob wir da oben rot bekommen. Echt unwahrscheinlich. Jawoll. Wow. Was zur Hölle. Acht Hitpoints. Wie soll ich das hin anstellen? Achso, das will damit schießen. Okay, okay, okay. Dann ist's ja... Okay. Erstmal testen, was passiert hier. Oh, no. oh Ach Dalek, was soll das? Grün, Gelb Greifen erstmal unten an Zwei weg Blau 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 Rote Scheiße Mist hier Jetzt müssen wir auf verdammt viel Glück hoffen Dalek ablässt Und wir haben verloren Okay, also Probieren wir es so Probieren wir es so Lila Sollen wir hacken? Mies Okay, der erste unten ist weg, sehr schön Gelb 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 ist weg Ich glaube wir haben gewonnen Ähh Acht So So 1, 2 1, 2 Ich denke auf der Dalek rum Und Wir machen Nicht ganz so viel Nicht ganz so viel Hacken wir mal Mal gucken was Uns noch so an roten Stein bleibt Einmal da Der noch dran Das hat ja was gelbes Das hat ja was gelbes So Ich glaube das sollte reichen Neunmal in lila Neunmal in lila Neunmal in lila Zwei Sieben in lila Grün Grün, rot, lila Grün, rot, lila Ein beschissener roter Ein beschissener roter Wir hacken mal Noch mehr lila Verdammt Noch mehr lila Verdammt Hm So 1, 2 die letzte runde und wir müssen zwei lila auf position bringen so das reicht sogar nein reicht nicht so why don't we try that again ja mehr lila gelb verdammt wir wollen doch lila weg spielen gelb und lila aus schade ein roter ein roter und ein lilaner so das sollte reichen gewonnen gewonnen now that was a bit more like it hui ja danke protect the doctor missy bill und nadol was sollt wechselt 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 sieben runden muss er überleben uns up we Safis ein schade 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 Soooo Blau, rot, da oben Lila... Lila wird natürlich... Wer? Ah, was mach ich? Ich hab den Plan vergessen! Ich hab den Plan vergessen! Was ich vom Plan hatte? Scheiße! Blau, Lila... Blau... Distanz? Also wir kommen hier noch blaue dazu... Okay... Scheiße! Zwei Runden noch... Ein blauer... Das kriegen wir hin... Den blauen würde ich auch gerne weg haben... Wir haben jetzt noch den Einen... Bis jetzt... ... 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 Lila haben wir ja da oben überhaupt nicht. Rot sieht auch nicht viel besser aus. Doppeltreffer Lila. Doppeltreffer Lila. Ja heute schon wieder Verstärkung und ich werde mal die Folge wenden. Tschüss und ciao bis zum nächsten Mal.